Hybride Jobs und die Zukunft der Arbeit. Dass die Arbeitswelt sich verändert, ist nicht wirklich neu und das wissen die meisten auch. Organisationen reagieren hier merkwürdigerweise am Ende dann doch weniger gut und weniger proaktiv und vor allen Dingen auch weniger professionell als geplant, wie sich jetzt in Richtung dem langsamen sich abzeichnenden Ende der Pandemie dann doch zeigt. Und es entstehen hybride Jobs und wichtig jetzt hier, hybrid, damit ist nicht gemeint, von wo wir arbeiten. Es geht in dieser Folge nicht darum, ob wir von zu Hause oder von anderswo oder im Büro arbeiten. Hybride Jobs haben nichts mit dem Ort zu tun, von dem sie arbeiten. Allerdings, und das ist ganz wichtig, es gab eine Studie und diese Studie hat Google bei sich durchgeführt, um zu schauen, was sind eigentlich die wichtigsten Aspekte, die Personal, zukünftige Menschen, die für eine Organisation arbeiten sollen, was sind eigentlich die wichtigsten Jobs, die nicht nur vergeben werden, sondern auch die wichtigsten Fähigkeiten, die Menschen mitbringen müssen, um in diesen Jobs entsprechend dann auch erfolgreich sein zu können. Das Ganze wurde dann in der Washington Post unter anderem mit Artikeln veröffentlicht. Wichtig hierbei auf jeden Fall ist, ich kann Ihnen jetzt schon sagen, das, was die meisten vermuten, das, was die meisten vermuten, wird jetzt gleich nicht passieren. Das aber nur schon mal vorab, wir wollen es jetzt nicht zu früh verraten. Übrigens, wie immer, wir hatten gestern zwei sehr gute Podcasts wieder, zwei sehr erfolgreiche Frauen, die wir interviewt haben und zwar auch wirklich mit spannenden Einblicken und zwar auch über die Zukunft der Arbeitswelt. Auf dem deutschen Podcast habe ich mich mit Bettina Janotter unterhalten, der Leitung der kirchlich-sozialen Dienste am Frankfurter Flughafen. Die war nicht nur zuletzt im Fernsehen und das mehrfach. Bettina Janotter leitet dort die kirchlich-sozialen Dienste am Frankfurter Flughafen, wo vermutlich 90 Prozent der Menschen, die diesen Podcast hören, die geschäftlich reisen, schon mal längst gegangen, längst gekommen, längst geflogen oder umgestiegen sind. Und es zeigt sich ganz spannend, wie oft Menschen in Not dann tatsächlich auch sich an diese Stellen wenden und wie diese Arbeit aussieht. Also sehr hörenswert, lohnt sich auf jeden Fall, dort reinzuhören, um einen Realitätscheck auch mal zu bekommen, wo wir glauben, wo die Probleme liegen und wo echte Probleme liegen. Und auf dem englischen Podcast interviewte ich gestern Leslie Everett, How to make it to the US, für viele immer noch ein Traum, wie kann ich in die USA gehen? Und Leslie Everett, die hat es in die USA geschafft, kommt aus Großbritannien, nicht aus elitären Hintergründen, nicht aus der klassischen reichen Familie, sondern wie schafft man es tatsächlich, wenn ich in die USA möchte? Und sie berichtet dort aus ihrer eigenen Erfahrung, wie sie es aus einem relativ kleinen Ort in Großbritannien, aus einer nicht privilegierten Lage nach Kalifornien geschafft hat. Jetzt aber direkt zurück zum Punkt hybride Jobs und die Zukunft der Arbeit. Wie war es denn? Wir müssen ja wieder schauen, was ist die Problemstellung und wie geht es in Zukunft besser? Die Problemstellung ist, wie wurde denn früher jemand, also wie wurde früher eine Stelle besetzt? Irgendwo ist eine offene Position, dann werden Stellen ausgeschrieben, dann bewerben sich Menschen intern, extern, eventuell verwenden sie Headhunter oder Agenturen, wie auch immer sie das machen, aber am Ende möchten sie, dass die richtige Person auf dieser Stelle sitzt. Und was oft gemacht wurde früher, waren halt harte Faktenzählen. Da wurde halt gesagt, wir gucken nach dem Abschluss. Abschluss mit Einführung von Bachelor, Master haben viele relativ schnell gemerkt, das ist nicht mehr der beste Weg. Und auch wichtig hierbei, das ist eine ganz wichtige Sache in der Diskussion dessen, das ist nicht die Schuld der Politik, weil viele sagen, Bachelor, Master, seitdem haben die alle nicht mehr die Qualifikation, die wir haben wollen. Es war die Wirtschaft, die damals gesagt hat, wir möchten die Leute jünger in Unternehmen haben. Das heißt, wir möchten die Leute früher im Unternehmen haben, dass natürlich weniger Studienzeit zu weniger Qualifikation führt, ist jetzt nicht zwingend ultimativ überraschend. Da müssen wir uns auch als Menschen, ich bin ja selbst selbstständiger Unternehmer, auch an die eigene Nase fassen. Wenn wir fordern, schneller da sein, dann haben die Leute logischerweise eine eher effizienzorientierte und zeitorientierte Ausbildung oder einen Studiengang genossen, der nicht selten dazu auch führten. Das wurde ja auch oft kritisiert, dass Menschen halt Examen schreiben, und zwar nicht Examen im Sinne von riesigen, unglaublich fundierten Arbeiten, sondern im Sinne von Klausuren. Test, 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 komplett verschult und dann ab in die Arbeitswelt mit ein bisschen Thesis oder Abschlussarbeit hintendran noch, mit durchaus wechselnden Qualitätsstufen, je nachdem, wo sie das Ganze auch gemacht haben. Da merken halt viele, die Ausrichtung und die Flexibilität, die man braucht, eben auch ausgerichtet an Berufsbildern, wird schwieriger. Also wir versuchen, ein Muster zu erkennen, wo es immer schwieriger wird, Muster überhaupt noch zu sehen. Und jetzt ist ja die große Frage, was kam denn bei der Google-Studie raus? Was sind denn jetzt die wichtigsten Eigenschaften, die Google bei der Studie intern, wo gesagt wurde, Mensch, was sind denn Leute, die hier erfolgreich sind? Und was sind denn auch Menschen, die hier anerkannt werden? Und zwar nicht nur dann, die von außen in die Hierarchie-Pyramide reingeworfen werden und damit formal einfach erstmal Führungskraften, sondern was sind denn Menschen, die wirklich erfolgreich waren? Also die auch sozial legitimiert als Führungskraft erfolgreich sind? Denn wie bereits mehrfach in Podcasts vorher erwähnt, die reine formale Legitimation reicht heute längst nicht mehr. Niemand interessiert, ob sie Doktor oder Direktor oder Abteilungsleitung oder welchen Titel auch immer sie haben, interessiert keine Menschenseele. Wenn sie sozial nicht anerkannt sind, sind sie als Führungskraft nicht erfolgreich. Und jetzt schauen wir uns mal an, weil die meisten werden jetzt vermutlich sagen, sowas wie Fachwissen oder Expertise oder Data Science, also Datenwissenschaft oder Computerfähigkeiten. Also viele werden vermuten, es geht um sehr harte Faktoren. Die schafften es nicht mal in die Top 5. Nicht mal in die Top 5. Wenn wir uns jetzt die Top anschauen, also auf Rang 1, being a good coach, also ein guter Coach sein, ein extrem weicher Faktor, der quasi zeigt, den Leuten ist wichtig, dass man persönlich weiterkommt. Rang 2, communicating and listening well, also gut kommunizieren, gut zuhören können. Wer hätte denn bitte gedacht, dass in der heutigen Arbeitswelt solche Werte, die im absoluten Soft-Skill-Bereich sind und nicht im Hard-Skill-Bereich, auf Rang 2 landen, auf Rang 3, possessing insight into others, also Einblicke in andere haben. Social Awareness wird da auch gleich mit genannt, also soziales Bewusstsein, Empathie. Auf Rang 4 kommt übrigens genau das dann, Empathy and Support toward Colleagues, also Empathie und Unterstützung gegenüber Kolleginnen und Kollegen, Menschen, die in der Kollegenschaft bei ihnen arbeiten, Mitarbeitende, die mit ihnen zusammenarbeiten. Auf Rang 5 kommt das Critical Thinking, das kritische Denken. Auf Rang 6 Problem Solving, also Problemlösungsfähigkeit. Und auf Rang 7 Connecting, Complex Ideas, also das Verbinden von komplexen Ideen. Erst ab Rang 8 gehen die harten Faktoren los, wie Fachwissen und so weiter. Also auf den Rängen 1 bis 7 haben sie keinerlei harte Skills im Sinne von, die Person muss Abschluss X haben oder Wissen Y. Und das zeigt ganz klar, dass die Zukunft von hybriden Jobs und hybride Jobs, um jetzt mal aufzulesen, was hiermit gemeint ist, früher hatten sie halt sehr oft hybride Jobs, früher hatten sie nicht hybride Jobs. Das heißt, sie hatten oftmals dann, und ich möchte jetzt nicht zu sehr in Klischees verfallen, aber gucken sie in ihre eigenen Organisationen, wie es bei ihnen meistens aussieht, Menschen, die gut kommunizieren können und die gut mit Menschen umgehen können, wohin gehen die? In den Vertrieb natürlich. Oder ins Marketing. Und Menschen, die halt eher zahlenorientiert sind, Menschen, die eher hart sind, Menschen, die eher geradeaus sind, wohin gehen die? In die Research and Development, also Forschungsabteilung oder vielleicht ins Controlling oder in die Buchhaltung. Und das funktioniert zukünftig nicht mehr. Es ist keine Herangehensweise mehr zu sagen, eine Person muss nur eins von beiden haben und dann machen die einen den Job und die anderen den Job. Das übrigens haben sie jetzt mittlerweile wahrscheinlich während ihrer Tätigkeit auch schon festgestellt, dass dieser Weg ganz klar dorthin geht. Natürlich ist die Frage, wie kann man das jetzt machen? Und wir müssen natürlich auch schauen, wie können wir uns selber als Organisation hier besser aufstellen? Und wie es besser geht, da schauen wir gleich rein. Es gibt natürlich jetzt verschiedene Ansätze, die Sie hier wählen können. Sie können Training, Seminare machen über Beratung oder Coaching, Mentoring-Projekte. Sie können entsprechend professionelle Vortragsredende, also Menschen, die Vorträge halten, auf ihren Events einsetzen oder eine längerfristige Begleitung über Projekt- und Interimsmanagement machen. Und ich helfe Ihnen da auch gern. Das ist genau das, was wir machen. Also diese Google-Studie bestätigt das, was ich mittlerweile seit über 20 Jahren selbstständig mache. Da können wir gerne in die Diskussion gehen oder ins Gespräch. Schreiben Sie mir eine kurze E-Mail nb at nb-networks.com nb at nb-networks.com Oder wenn Sie jetzt sagen, Sie möchten noch mehr Informationen haben und das ist jetzt nicht als Werbung gemeint, sondern jede Woche Mittwoch schicke ich eine einzige Mail raus, komplett werbefrei, 100% nur Inhalte. Und da geht es darum, wie entsprechend Expertise dann eben auch verschriftlicht wird. Da gibt es auch mehr Angebote als nur diesen Podcast. Und da müssen Sie einfach nur ganz kurz gehen auf expert.nb-networks.com expert.nb-networks.com Tragen da Ihre E-Mail-Adresse ein. Und dann werden Sie dauerhaft auf dem Laufenden gehalten. Freut mich sehr, wie viele Eintragungen wir da in den letzten Wochen gesehen haben. Also das steigt ganz klar an und es freut mich sehr, dass da der Informationsbedarf auch so hoch ist. Und vor allen Dingen auch das positive Feedback. Und ja, ich bin immer wieder überrascht, wie viele Leute tatsächlich sagen, der ist ja wirklich werbefrei. Ja, also ich bin ja selber todesgenervt von solchen Newslettern, wo Leute nur schreiben, guckt mal, wo ich hingereist bin, interessiert mich kein bisschen. Also natürlich ist Expert Excellence, die Aussendung, die jede Woche Mittwoch dann morgens passiert, 100% Inhalt garantiert werbefrei. Jetzt müssen wir aber schauen, wie geht es denn besser. Und der erste Schritt des Bessermachens ist, Sie brauchen ein zielgerichtetes Recruiting. Also das bedarf natürlich auch, und das gehört dazu, einer entsprechenden Personaldecke. Also wenn Sie jetzt sagen, ja, die HR-Abteilung, die muss dann halt jetzt noch zielgerichteter arbeiten, Neueinstellungen gehen halt nicht. Sie können natürlich nicht die Komplexität, Umfang und Aufwand erhöhen und dann erwarten, dass die gleichen Menschen das machen, die ja jetzt schon vor Arbeit oftmals nicht mehr aus den Augen gucken können. Am besten sagen Sie dann noch, machen Sie Stellenausschreibung, dann müssen Sie natürlich Kontakt halten mit den ganzen Menschen, die sich bewerben. Dann machen Sie mit noch Active Sourcing, sprechen Sie Menschen aktiv an auf Xing oder auf LinkedIn, gerne auch beides. Schalten Sie Kampagnen, Stellenanzeigen, Kampagnen offline, online, offline. Machen Sie am besten auch noch Geotargeting mit den Agenturen und so weiter, dass Sie auch in verschiedenen Regionen ansprechen. Und jetzt noch, das dann auch noch, das klappt natürlich nicht. Also ein zielgerichtetes Recruiting bedarf einer entsprechenden Personaldecke und auch entsprechenden Gesprächen. Also ich habe jetzt in den letzten Wochen vermehrt Anfragen bekommen, auch Menschen zu qualifizieren im Bereich Interviewtraining. Also wie mache ich Vorstellungsgespräche professionell? Und natürlich ist das lernbar. Aspekt Nummer zwei ist, setzen Sie künstliche Intelligenz ein, wo notwendig. Ich gebe Ihnen mal ein simples Beispiel. Und ich habe ja selber mit Rhetorio, wir haben ja selber hier ein Interview durchgeführt. Das finden Sie auch an dem Expert Excellence auf YouTube finden Sie das Interview mit Rhetorio, wo entsprechend dann auch künstliche Intelligenz eingesetzt wird. Und da sehen Sie natürlich, dass es vor allen Dingen eingesetzt wird, wenn es halt einen Aspekt gibt, wo Menschen sagen, wir haben hier zum Beispiel, sagen wir jetzt mal einfach eine Bewerbungszahl, die ansonsten anders für uns nicht handhabbar ist. Also Menschen sagen zum Beispiel oder auch Organisationen sagen, ich gebe Ihnen jetzt mal ein Beispiel. Beispiel eine Firma, also ich habe da den Dr. Patrick Oehler von Rhetorio, den Inhaber und Geschäftsführer persönlich interviewt. Das Interview finden Sie auch auf YouTube entsprechend. Und der sagt halt ganz bei manchen Organisationen, die sagen halt, wir schreiben einen Job aus und dann meinetwegen Vertrieb oder Flugbegleitung oder wie auch immer. Und auf einmal bewerben sich 4000 Menschen innerhalb von zwei Wochen. Und es ist völlig unmöglich, eine Vorselektion vorzunehmen. Es sei denn, wir sagen, wir schneiden alle ab unterhalb von Abschluss X und genau das funktioniert ja nun nicht. Genau das funktioniert, es sei denn, Sie haben jetzt eine gesetzliche Vorgabe dazu, funktioniert dieses Abschneiden nach Abschluss eben extrem schlecht. Und künstliche Intelligenz kann halt mittlerweile mit einer 90-prozentigen Trefferquote gewisse Eigenschaften herausfiltern. Sind die Menschen kommunikativ, offen, Konflikt, offen, Konfliktscheu oder, oder, oder. Das ist nur ein Beispiel von vielen. Setzen Sie künstliche Intelligenz ein, das ist übrigens für alle bezahlbar. Auch für den Mittelstand, auch für kleinere Unternehmen. Gerne kann ich Ihnen Kontakt dort direkt zu dem Dr. Patrick Oehler herstellen. Der ist da sehr bodenständig und kann Ihnen da gerne helfen. Aspekt Nummer drei des Bessermachens ist, Ihre Führungsebene muss sich von dem Elitendenkeln nach gewissen Etiketten verabschieden. Also wenn ich bis heute von Führungskräften höre, ja, also unsere, unsere Ingenieure, die kommen alle aus Aachen. Damit ist gemeint, dass die RWTH, das ist eine sehr gute Hochschule, das stellt auch überhaupt niemand in Frage. Aber wenn Sie halt sagen, Sie nehmen nur Leute von einer gewissen Hochschule, dann verlassen Sie mit dieser Aussage den Boden der Wissenschaft. Denn natürlich kommen nicht alle Guten nur von einer einzigen Hochschule. Übrigens, wenn Sie halt sagen, Sie möchten nur alle von der renommiertesten Hochschule haben, dann ist natürlich die völlig legitime Frage direkt danach, dass Sie natürlich gerade bei Einstiegsgehältern ganz oben zahlen, in den Top 10% des Marktes oder Top 1%. Nicht, das ist schon wieder inkongruent. Also oft wird so ein Elitendenken gefördert, erstmal ist es komplett pseudo-elitär und folgt keiner nachvollziehbaren Logen. Es ist nicht wissenschaftlich fundiert, was Sie machen. Also Sie bewegen sich ganz bewusst im nicht wissenschaftlichen Bereich, schaden damit der Organisation und eben auch der Besetzung von zukünftigen Jobs. Wenn Sie jetzt, und das ist ganz auf die Motivation dahinter, sagen, ich komme selber von der Hochschule und ich möchte ein Netzwerk bedienen hier, dann seien Sie doch bitte in Ihrer Organisation offen und sagen, wir stellen hier Leute ein, die im Klüngelbereich unterwegs sind. Dann wissen alle wenigstens, woran Sie sind. Dann muss man sich auch keine Mühe geben, nachhaltige Programme aufzusetzen. Dann klüngeln Sie ein bisschen vor sich hin. Das wird sich am Markt ohnehin durch massiven Schaden dann so äußern, dass Ihre Organisation nachhaltig nicht erfolgreich sein wird. Also von daher, verabschieden Sie sich bitte von diesem Elitendenken nach irgendeiner Etikette, die Sie irgendwo gesehen haben. Also wenn Sie, ich gebe Ihnen ein Beispiel, wenn Sie bei mir auf das LinkedIn-Profil gehen, da finden Sie Referenzen von vielen Menschen, über 100 Referenzen mittlerweile sind da drauf öffentlich. Ich habe mehrere hundert noch, die nicht öffentlich sind. Und das sind Menschen, die bestätigen, dass ich die Ergebnisse liefere, die ich verspreche, über 20 Jahre erfolgreich am Markt bin und auch den Leuten nichts verspreche, was nicht funktioniert. Und konstant gute Arbeit ohne Reklamationen oder Probleme, sondern einfach sehr gute Arbeit leiste. Ich bin nicht besser, weil Sie irgendwo im Lebenslauf finden, dass ich da und da Kurse in Harvard gemacht habe und da und da beim MIT. Natürlich sind das sehr gute Universitäten. Das weiß ich auch. Deswegen gehe ich da ja hin wegen der Fortbildung. Aber ich gehe da nicht hin, weil da Harvard steht. Ich gehe da hin, sondern weil das Wissen exzellent ist und es in kleinen Gruppen flexibel nach meinen Bedürfnissen vermittelt wird. Und übrigens nebenbei horrendes Geld kostet. Das ist dann der Punkt, den ich eben in Kauf nehmen muss. Aber wenn ich jetzt sagen würde, nehmen Sie mich, weil ich war mal in Harvard oder am MIT, das wäre vollkommen grotesk. Es gibt genug Menschen, die an elitärsten Institutionen waren. Ted Cruz, dieser halbverrückte Senator aus Texas, war an den besten Universitäten, die die Welt je gesehen hat. Trotzdem gibt der Mensch keinen vernünftigen Satz von sich. Das heißt also, dieses Elitendenken schalten Sie bitte ab. Der vierte Punkt, um es besser zu machen. Karriere kann auf jedem ergebnisorientierten Weg passieren. Das heißt also, Sie müssen sich verabschieden von dem, ich ziehe die Linie im Sand. Ich gebe Ihnen mal ein Beispiel. Bei einer Organisation, es kam dann sogar an die Zeitung, deswegen nenne ich die Organisation jetzt hier nicht, weil die Organisation hat sich dann tatsächlich danach gebessert und entschuldigt. Von daher müssen wir jetzt hier niemanden zur Schlachtbank führen. Eine Person, die über 20 Jahre dort war, über 20 Jahre lang den Einkauf quasi geschmissen hat, ohne offiziell den Titel zu haben, aber die Organisation wächst und wächst. Und irgendwann wird halt gesagt, wir möchten eine formale Einkaufsleitung haben. Und am Ende wird die Frau, die das seit Jahren sowieso schon gemacht hat, abgelehnt mit der Begründung, sie haben ja kein Abitur. Und weil sie kein Abitur haben, haben sie ja auch nicht studiert. Das ist aber hier formale Vorgabe mittlerweile. Daraufhin ist diese Frau natürlich aus dieser Organisation ausgeschieden, woanders hingegangen, war dort erfolgreich. In der Organisation, wo sie vorher war, ging es stubenhoch, weil alle gesagt haben, was ist denn hier los. Es kam zu einer immensen Mitarbeitendenfluktuation. Richtig gemacht hat die Führungsebene nach den zig Fehlern vorher immerhin den Fehler einzuräumen, klare Konsequenzen daraus zu ziehen, entsprechend auch diese Frau zu bitten, zurückzukommen. Und die Frau hat das einzig Richtige gemacht, sie kam zurück mit einem kräftigen Preisschild. Also es gab dann nochmal eine schöne Gehaltserhöhung dazu und zwar von dem Job, wo sie bereits mit Gehaltserhöhung hingewechselt ist, nochmal höher bei Rückkehr. Das hätten sie sich alles sparen können, wenn sie Karriere nicht auf Basis von ich ziehe die willkürliche Linie im Sand. Es wird eine höhere Komplexität geben bei der Entscheidung, wer kann welche Position bekleiden. Und deswegen ergebnisorientierte Wege sehen und nicht sagen, da hat jemand ein Stück Papier oder da war jemand vor 25 Jahren. Keiner interessiert sich für ihren Studienabschluss von vor 25 Jahren wirklich nicht mehr. Das mag ganz am Anfang irgendwo eine Richtung geben, aber danach wirklich nicht mehr. Und der fünfte Aspekt, das ist der härteste, die Führungskräfte, die an alten Wegen festhalten oder der alten Denke immer noch erlegen sind, die sollten sie coachen oder trainieren oder, und das ist der dritte Aspekt, der härteste, ablösen. Denn zu glauben, dass Leute dann keinen Schaden anrichten, weil dann gesagt wird, ja, die sind seit 20 Jahren hier und die haben nur noch sieben, acht Jahre. Wissen Sie, was in sieben, acht Jahren angerichtet werden kann? Wenn Sie jetzt sagen, jemand hat noch ein Jahr vor sich, meinetwegen, dann stellen Sie die Person frei, parken die auf irgendeinem Projekt, was keinen zu sehen, was auch immer Sie dann machen. Aber Sie müssen halt schauen, wer der alten Denke bis heute erlegen ist. Der muss gecoacht werden, trainiert werden oder abgelöst werden. Denn hybride Jobs, das eben gesagt wird, wir haben hier die Kommunikativen, wir haben hier die Zahlenorientierten, das ist nicht die Zukunft. Die Zukunft heißt ganz klar, dass Menschen in der Lage sind, beide Aspekte zusammenzubringen. Wir möchten es jetzt nicht nur an die Bereiche Emotion und Logik teilen, das werden die meisten jetzt ohnehin schon getan haben, es ist deutlich mehr als das. Aber diese singularisierte, ich kann nur eins von beiden. Also ich kann entweder mit Zahlen oder mit Menschen umgehen. Das ist nicht zukunftsfähig. Und schon gar nicht ist es zukunftsfähig, wenn die Führungskraft dann sagt, ich bin halt so, nehmt das bitte nicht persönlich. Was übrigens sinngemäß die Vorankündigung von Fehlverhalten ist und Leute es doch bitte hinnehmen sollen. Stellen Sie sich mal vor, eine mitarbeitende Person auf Nicht-Führungsebene würde sagen, ach wissen Sie, Zahlen liegen mir nicht so und ich bin auch nicht so der pünktliche Typ. Ich komme halt oft unpünktlich, gewöhnen Sie sich doch mal dran. Da würden alle sagen, bei ihm piept's wohl. Und deswegen ist wichtig, dass Führungskräfte genauso wenig das Recht haben, Fehlverhalten voranzukündigen und dann im Gegenzug Verständnis dafür zu erwarten. Und deswegen nochmal, um einen Realitätscheck zu bekommen, was in der Welt heute so los ist, nochmal gerne den Hinweis dazu. Gestern das Interview mit Bettina Janotter, die die sozialen Dienste am Frankfurter Flughafen leitet. Eine ganz großartige Persönlichkeit, wirklich sehr, sehr hörenswert. Und im englischen Podcast Leslie Everett, wie sie es in die USA geschafft haben. Ganz inspirierende, tolle Persönlichkeiten, die Ihnen Einblicke im Leben zeigen, wie Dinge tatsächlich funktionieren. Von daher hier gerne reinhören. Und ich freue mich natürlich, wie jede Woche, auf die Diskussionen, die wir haben werden. Schreiben Sie mir gerne eine E-Mail an nb-networks.com und wir sprechen von dort. Gerne auch auf Xing, LinkedIn oder wo auch immer Sie mich ansonsten finden. Und jetzt gilt anwenden, anwenden, anwenden. Denn nur das, was in die Organisation gebracht hat, das zählt. Ich helfe Ihnen da gerne. Kontaktieren Sie mich gerne jederzeit. Und jetzt bleibt mir nur noch eins hier zu sagen. Vielen Dank für Ihre Zeit.